Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Firefox eine stärkere Verschlüsselung einstellen. Wenn man sich zum Beispiel bei YouTube anmelden möchte mittels HTTPS über eine verschlüsselte Verbindung. Was für eine Verschlüsselung wird eigentlich genutzt? Das findet man heraus über Extras, Seiteninformationen, Sicherheit und ganz unten bei den technischen Details, dann steht das da, welche Verschlüsselung genutzt wird. Das ist hier RC4 128-Bit-Schlüssel und ob die Verschlüsselungseinstellungen okay sind oder nicht, das findet man über die Seite housemyssl.com heraus. Also einige Einstellungen sind hier nicht so gut. Um eine stärkere Verschlüsselung zu erzwingen, geht man wie folgt vor. Man gibt ein about.config, um die Einstellung zu ändern. Ich werde vorsichtig sein, versprochen ja. Sucht nach RC4, um alle RC4-Einträge zu deaktivieren. Man setzt alle Einträge auf Forts, macht einfach einen Doppelklick auf True. Dann ändert sich der Wert. Dann einfach schließen, beenden und Firefox neu starten und mal schauen, welche Verschlüsselung jetzt genutzt wird. Das ist jetzt TIA AES 128. Um noch auf AES 256 zu kommen, geht man die gleiche Prozedur durch, bloß man sucht nach AES und deaktiviert dann dort alle 128 Einträge. So wird dann automatisch 256 genutzt. Alles deaktivieren. Also wieder Doppelklick auf True, sodass dann ein False bei 128 Einträgen steht. Okay. Gleich nochmal. Beenden und Firefox neu starten. Okay. Anmelden bei YouTube. Und jetzt wird AES 256 genutzt. Aber wie man sieht, ist noch irgendwas nicht okay. Also wieder about.config. Nun sucht man nach TLS und setzt hier die Version 3. Also man verändert den Wert 1, macht einen Doppelklick drauf und gibt dann 3 ein. Okay. Dann Firefox beenden. Und gleich nochmal neu starten und mal schauen, was mir die Seite jetzt sagt. Okay. Dann gibt es hier nur noch einen schlechten Wert. Also gehe ich wieder die gleichen Schritte. About.config. Suche hier nach FIPS mal. Und hier gibt es einen Eintrag. Den setze ich wieder auf FIPS. Der steht dann auch hier unten. Und dann Firefox neu starten. Und jetzt müsste eigentlich alles okay sein. Neuladen. Und alles ist okay. Und so erzwingt man eine bessere Verschlüsselung. Das war User Power von der Home Screencast. Ciao und viel Glück.